Ja, ein herzlich willkommen im Stadtbad TV. Wir sind hier im Freibad am Riedweg und Sie sehen im Hintergrund schon, im Moment sind hier Badegäste bei uns im Becken. Aber das bleibt nicht immer so, denn wir haben einmal im Jahr, immer im September, den Hundebadetag und den möchte ich Ihnen ganz gerne heute empfehlen. Der Hundebadetag ist einmal in der Saison, immer am letzten Freibadtag. Und diesen Tag möchte ich Ihnen ganz gerne empfehlen, denn an diesem Tag können alle Hunde, egal ob klein, groß, dick, dünn, ängstlich, schwimmbegeistert, hier die Becken erobern. Es stehen drei Becken zur Verfügung unterschiedlicher Tiefe, sodass sicherlich jeder das Richtige findet. Wir vom Freibad Gotha bereiten das Schwimmbad quasi hier vor für den Hundebadetag, denn ganz wichtig, das Chlor wird aus dem Wasser genommen, denn Chlorwasser und Hunde, das geht gar nicht. Aus diesem Grund dürfen Herrchen und Frauchen auch nicht mit ins Wasser. Schade eigentlich. Wichtig sind noch einige andere organisatorische Sachen. Bitte bringen Sie zum Tag Ihren Impfausweis mit und die Haftpflichtversicherung Ihres Hundes, denn ohne diese beiden Sachen kann hier leider nicht gebadet werden. Zur Sicherheit haben wir den ganzen Tag über eine Tierärztin hier vor Ort, die aufpasst, dass auch alles wunderbar läuft. Aber es gibt natürlich auch Hunde, die ein bisschen ängstlich sind, die sich ganz, ganz langsam reintrauen. Es gibt die, die mit großem Anlauf einfach reinspringen und es gibt welche, die erst einmal schauen und das sind meistens die großen und dicken. Liebe Hundebadefreunde, auch wenn Ihr Hund schon etwas älter ist, es gibt keinen Grund, auf diesen Hundebadetag zu verzichten. Wir halten extra eine Trampe vor, wo Ihr Hund ganz langsam und ganz sacht ins Wasser gleiten kann. Wir freuen uns auf alle Zwei- und Vierbeiner. Kommen Sie vorbei, kommen Sie zum Hundebadetag in den Südbad nach Gotha. Sagen Sie es Ihren Freunden, bringen Sie Freunde und Bekannte mit. Platz ist genug und es wird ein unglaublich lustiger Tag. Ja, liebe Gäste, das war es dann heute auch schon vom Stadtbad TV. Wir möchten Sie in Zukunft regelmäßig informieren über unsere Aktionen, Veranstaltungen und gewähren auch den ein oder anderen Blick hinter unsere Kulissen. Wenn Sie das interessiert, dann teilen Sie unseren YouTube-Channel, liken Sie uns, empfehlen Sie uns Freunden und Bekannten und vor allen Dingen kommen Sie uns besuchen. Vielen Dank, Ihre Annette Engel-Adlung. Und ich kann Ihnen sagen, Hunde sind auf jeden Fall schwimmer. Und ich kann Ihnen sagen, Hunde sind auf jeden Fall schwimmer.